Wien ist eine Smart City, Wien ist eine Weltmetropole und immer mehr Menschen wollen diese Stadt auch sehen. Deswegen steigt der Tourismus und deswegen auch der Bedarf immer mehr an einem zentralen Bus-Terminal. Was soll so ein Bus-Terminal können? Darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Er soll modern sein, hell, gut an die öffentlichen Verkehrsmittel und an das Straßenverkehrsnetz angebunden. Und er soll vor allem eine Visitkarte für unsere internationalen Gäste sein. Die Wiener Stadtregierung muss jetzt tätig werden und sich zu einem Standort in Wien bekennen. Denn wir wollen diesen Trend definitiv nicht verschlafen.